Heute geht es um ein paar coole Angular-Funktionen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um Angular bzw. heute geht es um coole Funktionen. Auch dieses Video, wie das letzte auch schon, geht nur an Fortgeschrittene. Was heißt, ihr solltet Angular schon kennen, damit ihr aus diesen Tipps Nutzen ziehen könnt. Aber auch für Anfänger sollte vielleicht der ein oder andere Tipp ganz hilfreich sein. Grundsätzlich geht es heute, wie gesagt, nicht um ganze Anwendungen, sondern um kleine Funktionen, die euch das Leben etwas leichter machen können. Wenn ihr sie kennt, der ein oder andere wird sie vielleicht kennen. Ich selbst nutze sie seit Ewigkeiten und kann sie nur empfehlen. Das werden wir uns heute ansehen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder selbst einfach mal ein paar Tipps habt für Angular-Anwender, schreibt die doch mal in die Kommentare oder joint unserer Discord-Community und stellt dort eure Fragen. Schreibt mit anderen über Angular, über andere Themen oder zockt einfach eine Runde. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Wir werden heute ein bisschen als erstes uns darum kümmern, eure Angular-Anwendung etwas besser zu strukturieren. Ich habe hier eine Plain-Angular-Anwendung, was heißt, ich habe hier noch gar nichts gemacht. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir öffnen hier unsere Angular-JSON. Die sieht so aus, ist einfach eine JSON-Datei. Und hier suchen wir uns jetzt das Attribut-Präfix. Das steht schon hier. Ich kann jetzt hier sagen App, ich nenne das Ganze jetzt UD, aber ich sage hier gleichzeitig auch beispielsweise Main. Das hat den Grund, ich möchte später gerne UD für das Kürze der gesamten Anwendung nutzen. Gleichzeitig habe ich hier Präfix Main, einfach um beispielsweise in einem Main-Modul später arbeiten zu können und jeder Komponente und jeder Direktive und allem quasi dort einfach den Präfix Main mitzugeben. Das Ganze funktioniert so, also ich kann das jetzt theoretisch nutzen, allerdings würde es mir TypeScript permanent als Fehlanzeigen. Dasgegen gehen wir jetzt hier noch in die TSLint und sehen hier Directive Selector und Komponent Selector, das ist ziemlich weit oben. Und hier sagen wir statt App einfach UD, was heißt, er soll jetzt UD als Komponenten und als direkten Kürzel anerkennen. Dasselbe gilt auch für Main, was heißt, ich möchte auch Main korrekt anerkennen. Und jetzt sind wir hier soweit fertig. Was heißt, wir können das jetzt nutzen und das geht ziemlich einfach. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich einen Fehler hervorrufen möchte, kann ich ng-generate-Komponent-Test. Ich drücke jetzt einfach mal Enter und es wird ein Fehler passieren, weil ich habe nicht ausgewählt, welches Kürzel ich haben möchte. Und das können wir jetzt nämlich einfach sagen. Und zwar sagen wir ng-generate-Komponent-Test und sagen hier minus minus Präfix gleich UD. Und jetzt wird das generiert, ganz normal, wie man es kennt. Und jetzt in SAC, in App, in Test ist jetzt eine neue Komponente generiert worden. Und diese Komponente wird mit dem Selector UD-Test aufgerufen. Und da wir es in TypeScript hinzugefügt haben, wird das Ganze auch so als valide angesehen. Natürlich können wir jetzt die gesamte Anwendung einfach umbenennen in unseren Namespaces. Aber wir können auch einfach hingehen und sagen, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Main-Modul. Was heißt, generate-Komponent-Modul-Main. Speichern das Ganze ab, haben jetzt ein Main-Modul generiert. Was heißt, wir haben hier einen neuen Ordner mit einem Main-Modul drin. Und wir wollen jetzt gerne ng-generate-Komponent-Main-Slash und dann Overview minus minus Präfix gleich Main. Was heißt, wir wollen jetzt sagen, okay, wir haben eine Overview-Komponente generiert. Diese liegt in unserem Main-Modul, wird auch hier verlinkt. Was heißt, hier wird sie später importiert. Und wir sagen, unsere Overview hat daher Main. So, dass wir direkt in dem Moment, wenn wir irgendwo diesen Selector im HTML-Template sehen, okay, diese Komponente kommt aus dem Main-Modul. Oder beispielsweise kann man auch so etwas sagen wie shared, damit man direkt eindeutig am Namen sehen kann, woher diese Komponente kommt und wo sie liegt. Das hilft vor allem bei gewaltig großen Projekten. Also wenn ihr hier, also ich rede jetzt hier von 200, 300 Komponenten und Dutzenden von Modulen, dann macht es einfach Sinn, mit dem Namespaces zu arbeiten, weil man in der Regel dann eine relativ umfangreiche Dokumentation der Anwendung hat und über die Namespaces und Abkürzungen relativ schnell weiß, wo man hinkommt und wo etwas herkommt. Deswegen ist das, finde ich, ein sehr praktisches Feature, was einfach jeder ziemlich einfach nutzen kann und ja, alles ein bisschen übersichtlicher macht. So, und los geht's mit dem nächsten Problem. Was als Problem ist, ist eigentlich nur ein kleiner Tipp, und zwar geht es hier um Angular-NG4-Directives. Die sehen wir hier, ich habe hier ein Objekt namens Items. Items ist ein Public-Item, was heißt ein Public, eine Public-Variable, sodass ich sie in dem HTML-Template von Angular nutzen kann. Ich habe das als String-Array definiert und es gibt hier sechs Werte. Diese sechs Werte gebe ich hier einfach nur aus, wie ihr sehen könnt, einfach als Text. Und was man immer wieder machen muss, beziehungsweise was ich bei vielen Anfängern schon häufig gesehen habe, dass die Geschichte beispielsweise ein Riesenproblem darstellt, diesen Werten jetzt einen Index mitzugeben. Was heißt, ich möchte jetzt gerne dafür sorgen, diese durchzunummerieren oder eine ID mitzugeben oder irgendetwas in dieser Richtung. Ich habe da schon sehr faszinierende Funktionen gesehen, um diese Funktionalität zu ermöglichen, obwohl es ziemlich simpel ist. Und zwar gehen wir einfach nur hier hinter, sagen Semikolon, sagen Index as i und haben damit i als Index definiert, können jetzt hier reingehen, sagen i, speichere das Ganze mal ab und zack, haben wir hier hinter unsere Index-Werte. Und ich kann jetzt auch hier reingehen und sagen, id gleich i, zack, speichere das Ganze ab. Und wenn ich jetzt hier reingehe und das Ganze untersuche, dann haben wir hier auch wunderbar einfach unsere ID-Werte drin, was heißt 1, 2, 3, 4, 5, zack. Und das ist hier auch wunderbar, was hier drin steht. Und so könnt ihr einen Index in einer ng4-Loop verwenden. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich simpel. Er spart einem eine Menge Arbeit. Und wie gesagt, ich habe schon sehr faszinierende Ansätze gesehen, einen Index in einer ng4 zu nutzen. Aber das ist der korrekte Weg und vor allem auch, finde ich, der einfachste. So, weiter geht es mit dem nächsten Problem. Und zwar handelt es hier um ein bisschen von einem Performance-Animationsproblem. Und zwar haben wir hier wieder unsere normale Funktion. Was heißt, ich habe hier unseren Array von gerade. Den habe ich mal ein bisschen besser definiert. Und zwar als Demo-Array vom Datentyp her. Und das bedeutet, er erwartet hier eine ID und einen Namen. Hier unten habe ich eine Funktion. Diese Funktion definiert einfach unser Items-Objekt. Was heißt das, was wir hier definiert haben, neu. Und fügt eine Menge neuer Variablen hinzu. Das ist zum Beispiel eine klassische Funktion, wie sie existieren würde, wenn ihr Daten von einer Datenbank abfragt und einen bestehenden Array in eurer Anwendung überschreibt mit den neuen Daten. Das Ganze haben wir hier im Prinzip unverändert. Was heißt, wir haben hier wieder unsere NG4 von gerade. Allerdings geben wir jetzt hier Item.Name aus, weil wir jetzt hier ein Objekt und keinen String mehr haben. Und hier unten haben wir einen Button mit Load-Daten, wo ich im Prinzip einfach nur Add-Something aufrufe, was ja diese Funktion ist, die unseren Array definiert. Wenn wir jetzt in unsere Entwicklerkonsole gehen in Chrome, sehen wir hier unsere drei Objekte. Und wenn ich jetzt hier auf Load-Data drücke, beobachtet ganz genau hier diese drei Strings. Wenn ich hier drauf drücke, seht ihr, alle haben kurz aufgebleuchtet. Und das hat den Grund, dass unsere Render-Engine gerade alle fünf Objekte neu initialisiert, neu gerendert, neu erschaffen hat. Das ist natürlich relativ blöd, weil diese drei Objekte, die hatten wir schon. Warum muss Chrome diese nochmal anfassen? Und genau das ist zum Beispiel ein Punkt, der sehr wichtig ist. Nicht jetzt, wenn ihr hier mit sechs Objekten rumhantiert, aber wenn ihr beispielsweise Tabellen ladet mit 9000 Datensätzen und ihr ladet die nun neu, weil ihr einen Datensatz neu erschaffen habt. Oder ihr ladet einen Chatverlauf neu mit 900 Nachrichten oder noch viel mehr, obwohl nur eine neue Nachricht hinzugekommen ist. Das Ganze ist natürlich Performance in absolute Kröte und sollte nicht genutzt werden. Ich aktualisiere das mal kurz, haben jetzt hier wieder unsere drei Objekte, was heißt nicht mehr alle. Und wir haben eine Möglichkeit, in Angular das Ganze ziemlich zu optimieren. Und zwar brauchen wir dafür eine neue Funktion. Diese Funktion nennt sich TrackBy. Was heißt, die nennen wir auch einfach so. Wir sagen TrackBy.fn und sagen hier, zack, Item. So, Item. Und haben hier jetzt eine Funktion. Diese returnet uns ein Item.id. Was heißt, wir wollen anhand unserer, ja, ID sortieren. Ihr könnt das natürlich nach allem sortieren. Ihr könnt auch hier einen Namen nehmen, wer in der Unique ist. Es sollte ein Unique-Wert sein. Wir kopieren uns das jetzt, gehen hier oben in unsere ng4-Directive, sagen hier wieder Semikolon und sagen einfach TrackBy.fn, was heißt unseren Funktionsnamen. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, hat sich erstmal nicht sonderlich viel getan. Ich habe hier immer noch unser Objekt. Ich habe hier immer noch unsere drei Variablen. Wenn ich jetzt allerdings die Daten neu lade, beobachte diese drei Variablen. Zack, ihr seht, die haben sich nicht verändert. Die sind nicht aufgeblinkt. Was heißt, Chrome hat jetzt, beziehungsweise Angular hat für uns erkannt, dass wir hier nur diese drei neu haben. Was heißt, der hat unseren Array mit dem bestehenden Array verglichen und gesagt, hey, Moment, diese drei kenne ich schon, die sind unverändert, die lasse ich so. Und das Ganze ist performance-technisch eine absolute Verbesserung und auch animationstechnisch. Was heißt, wenn ihr beispielsweise so Trigger, also Staggered Animations habt für Listen beispielsweise, dann wird das helfen, dass nicht die ganze Liste neu gezeichnet werden muss. In dem Moment, wenn ihr praktisch Sachen hinzuschmeißt, also wenn ihr das Objekt neu definiert, sonst würden beispielsweise hier jetzt alle sechs Objekte neu animiert werden, obwohl nur diese drei neu hinzugekommen sind. Was heißt, Trackby ist quasi ein Must-Have für jeden Angular-Entwickler und eine der meistgenutzten Funktionen in Verbindung mit ng4. Ich würde, glaube ich, keine ng4 schreiben ohne eine Trackby-Funktion, einfach weil es performance-technisch eine Menge rausholt, vor allem wenn ihr mit gewaltigen Datensätzen arbeitet, also nicht jetzt mit sechs. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ziemlich einfach, ab geht's zum nächsten Tipp. So, und los geht's mit dem nächsten kleinen Tipp, und zwar geht es jetzt um Console-Logs. Was heißt, wir haben hier unsere App-Component, hier erzeuge ich einfach ein Console-Log, der steht ja auch hier oben namens Created, und hier können wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier, wollen das später in unserer Production-Umgebung hosten, da möchten wir aber unsere Console-Logs nicht mehr ausgeben. Und da könnte man jetzt hingehen und ich kommentiere die aus, oder man könnte sagen, ich lösche sie raus später oder sonst irgendetwas. Aber warum denn? Console-Logs sind sehr praktisch zum Entwickeln, jeder nutzt sie, und deswegen sollte man einen Weg finden, diese weiterhin eingebunden zu lassen, auch wenn man hier das später nicht ausgeben möchte. Weil wir haben hier unsere Main-Tests, und hier haben wir eine, ja, eine If-Frage, und zwar Environment.Production. Was heißt, ist es Production? Was heißt, wird es gerade vom Environment auf Production gesetzt? Dann sage doch Enable Production Mode. Wir können jetzt hingehen und sagen einfach hier noch etwas weiteres, und zwar sagen wir window.console.log, zack, Function, zack, und sagen leer. Mehr machen wir hier gar nicht. Hier muss natürlich Windows stehen. Und in dem Moment sagen wir jetzt, in unserem Environment, wenn das Production ist, sollen alle Console-Logs ausgeblendet werden. Das können wir auch ganz leicht simulieren, indem wir das einfach mal rauscopy-pasten, zack, und sagen hier einfach mal true, damit die Bedingungen erfüllt sind. Und ihr seht hier, wir kriegen keine Console-Logs mehr, und das Ganze können wir jetzt einfach wieder disablen. Wenn beispielsweise das nicht der Fall ist, dann soll er es uns anzeigen. Ihr könnt natürlich auch noch viel leichter dahin gehen und sagen, wenn ihr beispielsweise die Console-Logs auch in anderen Umgebungen nicht anzeigen lassen wollt, sondern wirklich nur in Dev-Mode, was heißt, wenn ich ng-serve eingebe, dann können wir hier hingehen und sagen, if Dev-Mode, beziehungsweise if ist nicht Dev-Mode, dann blende uns bitte unsere kompletten Console-Logs aus. Was heißt, jetzt gerade blendet er es ein. Wenn ich sage, ist Dev-Mode, dann blendet er sie jetzt aus. Was heißt, ihr könnt damit, beziehungsweise so der Weg, wie ich es machen würde, ich würde sagen, wenn es Dev-Mode ist, bitte zeige alle meine Console-Logs an. Wenn es nicht der Dev-Mode ist, dann zeige sie bitte nicht an. Weil genau so kann man im Prinzip ziemlich leicht debuggen und muss nicht jedes Mal seine Console-Logs neu schreiben, auch wenn man einfach gerade, ja, in einer Umgebung ist, wo man sie vielleicht nicht anzeigen lassen möchte. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder so was habt, Facebook, Twitter, Instagram, alles unten verlinkt. Oder ihr könnt diesen Channel supporten, den ihr auf einen der Affiliate-Links drückt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.